Wie ich jetzt hier im TSW mit Beispiel Mods installiert. Ihr habt es schon runtergeladen. Ich mache jetzt einfach einen Schnelldurchlauf, weil ich bin müde, ich bin kaputt. Ja, wir gehen hier unter, ich habe das hier hier versucht, hat es geklappt. Da stehen noch ein paar Mods drin, also noch ein paar Stück da drin. Wir gehen jetzt hier runter. Wir gehen hier unter, wir wollen jetzt die 43 Sound Mod geben. Wir laden hier runter und wir installieren das ganze Redmi Datei. Da sind Sachen drin. Ja, das glaubt ihr mich, glaubt ihr mich dazu. Und wir klicken jetzt hier nach Kopieren und Einfügen. Hier natürlich eure da in den Content DLCs, da müssen rein. Und wenn ihr es gemacht habt, dann das Spiel aussuchen. Das mache ich jetzt hier nicht, weil ich habe es euch einfach die Lok aussuchen. Ihr wollt jetzt den 43 haben, diese, ja, Krabi. Und dann auswählen, dann seht ihr, es ist Veränderung. Ich wollte es einfach nicht zeigen, das Spiel, weil ich bin K.O. und ja, ich bin müde und ja, ich wollte es dafür gezeigt. Wir haben Beispiel Mods installiert und habt nur meine Hilfe bekommen. Und tschüss.